Der Staat sind wir. Teil 3. Wurzeln unseres Föderalismus. Mit dem Zusammenbruch des Weströmischen Reichs geht auch die Antike zu Ende. Das Mittelalter ist stark von Christentum und Kirche geprägt. Karl der Große erobert halb Europa und verbreitet das Christentum und rottet dabei beinahe die heidnischen Sachsen aus. Er begründet das riesige Frankenreich, aus dessen östlichen Teil bald ein weiteres Imperium hervorgeht, das Heilige Römische Reich Deutscher Nation. Das Motto des Heiligen Römischen Reichs ist ein Volk, ein Reich, ein Glaube. Naja, bis zur Reformation ist ja immerhin noch ein Stückchen hin, insofern stimmt das ja auch. Und die religiösen Gruppen der Juden, der Katerer und der Valdenser, welche hier bekämpft werden, fallen von der Anzahl ihrer Anhänger her, ja, gegenüber der Gesamtbevölkerung auch nicht ins Gewicht. Insofern stimmt zumindest die Parole vom einheitlichen Glauben einigermaßen. Was die mittelalterliche Vorstellung von Gewaltenteilung angeht, sieht die im Prinzip so aus, Papst hier, Kaiser da. Geistliche und weltliche Macht teilen sich die Macht auf dem Kontinent gewissermaßen. Wobei es natürlich zwischen den geistlichen und weltlichen Herrschern Reibungen und Konflikte gibt. Das beste Beispiel aus der deutschen Geschichte ist wohl der legendäre Gang nach Canossa. Um jedenfalls Konflikte und Kriege um die Thronfolge des Reiches zu vermeiden, wird 1356 mit der goldenen Bulle endgültig juristisch festgelegt, dass der Kaiser von einer beschriebenen Auswahl von Landesfürsten und Bischöfen gewählt wird. Dieses Dokument sollte bis zum Ende Bestand haben. Mag sich das Heilige Römische Reich Deutscher Nation, dessen entweder in Regensburg, Prag oder Wien residierenden Kaiser sich als legitime Nachfolger der römischen Kaiser verstehen, auch den Namen einer Nation, eines Reiches geben, jedoch ist dieses riesige Reich nie wirklich ein de facto politisch-kulturell geeintes Reich. Verglichen mit anderen europäischen Mächten jedenfalls. In Frankreich oder England beispielsweise haben die regierenden Könige deutlich mehr zentrale Macht als der Kaiser im Heiligen Römischen Reich. In diesem deutschen Staat gibt es nur wenige gemeinsame politische Institutionen zwischen der schieren Menge an kleinen Fürstentümern, Königreichen und unabhängigen Reichsstädten. Die für die Bevölkerung politisch relevanten Entscheidungen werden von regionalen Monarchen und Verwaltern oft getroffen. Auch existiert im Volk kein einheitliches Nationalbewusstsein, geschweige denn, dass es eine einheitliche Sprache mit einer konkreten Rechtschreibung gäbe. Letzteres sollte sich erst infolge der Bibelübersetzung Luthers ändern, die den Grundstein für das legen wird, was wir heute als Hochdeutsch kennen. Was nach einer zwar langlebigen, aber prinzipiell gescheiterten Nation aussieht, ist in Wirklichkeit die historische Wurzel für eine föderalistische Tradition in Deutschland, die uns bis heute bestimmt. Noch heute legt unsere Verfassung fest, dass die Gesetzgebung in erster Linie Ländersache ist, siehe Artikel 30 und 70 Grundgesetz. Mit Ausnahme einer festgelegten Liste an Bereichen, die ausschließlich Bundessache sind. Oder aber dritte Möglichkeit, bei welcher Bund und Länder um die Gesetzgebungskompetenz konkurrieren können. Dass im Heiligen Römischen Reich deutscher Nationen viele einzelne Landesfürsten vergleichsweise viel zu sagen haben, verstärkt sich im Zuge der Reformation und der religiösen Spaltung der Christenheit Europas nochmals. Denn der notgedrungene Augsburger Religionsfrieden von 1555 wird festlegen, dass die Konfession der einzelnen Landesherren für die jeweiligen Untertanen gilt. Damit wird das Reich politisch-religiös gespalten, um den Frieden zu wahren. Kein dauerhafter Frieden, wie wir im Nachhinein wissen. Das mittelalterliche Europa wird um das Jahr 1500 herum von einer Vielzahl gleichzeitig auftretender politischer, technologischer, wissenschaftlicher und weltanschaulicher Veränderung und Umwälzung nachhaltig und heftig erschüttert. Dazu gehören unter anderem die Entwicklung des Gutenberg-Buchdruck-Verfahrens, welches die Effektivität der Informationsverbreitung einen gewaltigen Schritt nach vorne katapultiert. Oder aber die Entdeckung und Nutzung des Schwarzpulvers, welches Ritterrüstung und Burgmauer nach und nach nutzlos macht. Die Entwicklung der Medizin ist auch noch zu erwähnen. Dann auch die Entwicklung der Astronomie, welche allmählich aus der Astrologie hervorgeht, sowie die Entdeckung der Neuen Welt 1492. Und natürlich dann auch die Spaltung der Kirche durch Luther und Calvin, die viele weltliche Herrscher dazu nutzen, um sich vom Papst unabhängig zu machen. Mit unter anderem all diesen hier erwähnten Neuerungen wird das Mittelalter Geschichte. Und die Neuzeit wird eingeläutet. Doch auch wenn in dieser frühen Neuzeit sehr viele positive Entwicklungen in Wissenschaft, in Kunst, Philosophie, Literatur und in der Erkundung unseres gesamten Globus ihren Anfang nehmen, so ist dennoch folgendes Fakt. Als das sogenannte finstere Mittelalter um ca. 1500 herum zu Ende geht, steht Europa, die große finstere Zeit der schweren Religionskriege, Scheiterhaufen, Hexenverfolgung und bitteren Klimaeinbrüche und Hungersnöte tatsächlich erst noch bevor.